Wir haben ein Kursspiel gemacht. Wir waren sehr konzentriert, sehr fokussiert und sehr aggressiv in den Schweizer Kämpfen. Bist du zufrieden, wenn du in der ersten Halbzeit drei Tore schießt? Das passiert nicht so oft. Auch wenn sowas im Champions League passiert. Das freut mich sehr. Ich habe immer Lust, auf Offices zu spielen, auf Tore zu schießen. Wir versuchen das einfach so einfach wie möglich für ihn zu machen, aber er macht das echt richtig gut. Das ist einfach sensationell, auch als Spieler das zu sehen. Wir haben die Sachen, die wir vielleicht letztes Spiel nicht so richtig gut gemacht haben, besser. Und schon ganz von Anfang haben wir Vollgas und Sachen sind dann gelaufen und dann Tor nach Tor und alles ist gut gelaufen. Wir haben gut umgeschaltet, mit vielen Torechancen kreiert und mit viel Geduld. Wir sind sehr glücklich über das Spiel und über das Vierte-Finale. Champions League, das ist immer etwas Besonderes und ich hoffe, dass in dieser wichtigsten Phase unsere Form noch nach oben geht und dann diese Form noch hoch halten. Das ist auch wichtig. Es gibt keinen Wunschgegner. Ich denke, wir werden uns auf egal welchem Team gleich vorbereiten und egal wer kommt, ich denke, wir werden ein gutes Spiel haben. Jetzt im Viertelfinale war die Mannschaft war sehr, sehr gut. Aber ja klar, für die Fans, ich will einen guten Gegner. Das ist ein Spiel gegen den Podium Berlin. Es geht weiter. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Die Mannschaft war mega систем, die verschiedenenher dislocationsfreunden werden. Das haben wir ganz gut gemacht. Das ist das Dialog bis dato.